Ich bin Lucia Pintner, bin 16 Jahre alt, gehe in die Sportgymnasie am Bäumlihof und ich bin Synchron-Schwimmerin. Ich bin Mitglied beim Schwimmverein Beider Basel. Wir sind rund 30 Schwimmerinnen, die im Leistungssportbereich trainieren. Die Hüfte nach oben, nicht absitzen, schön übers Wasser kommen. Meine Partnerin Carla und ich schwimmen momentan im Junioren-Nationalteam der Schweiz. In Basel trainieren wir in der Woche 7-8 Mal, das kommt so rund auf 20 Stunden. Zvea und Sina sind 11 Jahre alt und stehen schon am Anfang ihrer Kaderkarriere. Zvea ist schon im Kids-Kader und dort werden die besten Nachwuchstalente der Schweiz selektioniert. Synchron-Schwimmen ist ein anspruchsvoller Sport. Die Hälfte der Zeit, als auch im Training und auch in den Wettkämpfen, ist man unter Wasser und da kommt keine Luft über. Also, neben dem Schwimmen braucht man auch Beweglichkeit, man braucht Kondition, man muss ein rhythmisches Gefühl haben und auch akrobatische Fähigkeiten. Saszinierend am Synchron-Schwimmen finde ich, dass man sich dreidimensional im Wasser bewegen kann, ohne dass die Schwerkraft auf einem einwirkt. Sehr wichtig für uns ist, dass wir die Musik oberwasser- sowie unterwasser gut hören können. Und von kurzem erst haben wir uns eine neue Musikanlage müssen helfen und wir sind sehr froh darüber, dass uns Wisslos dabei unterstützt.